Und mit dieser Sekunde ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shredmania Turbo. Die Strecken sind diesmal etwas komischer. Als bei dem letzten Mal, da ich mal einen anderen Surfer ausgewählt habe. Und jetzt müssen wir uns mal konzentrieren, ob wir überhaupt noch Zeit sind zu kriegen. Das sind auch eine Möglichkeit. Lala. Ok. Sozusagen einmal im Kreis. Nächste Runde. Jetzt schauen wir mal, was daraus wird alles. Werden ich siehe jetzt schon. Neustart. Ist da oben ein Chatpoint? Muss das sein, sonst könnten wir ja einfach umdrehen. Ja, ist da ein Chatpoint. Sehr gut. Könnten wir auf jeden Fall die Zeit verbessern. Sind zwar zwei Sekunden schneller. Ne, sechs Sekunden schneller. Das bringt uns aber nichts. Also wir müssen doch wohl besser werden. Wir müssen den Start schon besser nehmen. Ja, ich weiß. Oder geradeaus. Ist auch unmöglich. Nochmal ausprobieren vielleicht. Das wird auf jeden Fall keine Bestzeit. Okay, aber wir können, können wir uns in der Luft drehen? Ja. Sehr gute Frage, ne? Er lernt immer was dazu. Ich gehe jetzt mal drehen. Ja. Ob die besser wird die Zeit? Ja, besser wie unsere eigene aber. Immer noch nicht gut genug. Würde ich mal sagen. Die Frage ist, wie schaffen wir es uns in der Luft zu drehen. Nein. So auf jeden Fall nicht. Okay, 13. Platz. Besser wären wir auf jeden Fall nicht. Ja, gut. Da ist noch Luft nach oben. Die Bewertung lassen wir mal aus. Oder überspringen sie. So, dann schauen wir mal, was draus wird. So, es sieht auch wieder aus. Die meisten sind auf jeden Fall custom. Auf jeden Fall custom maps. Boah. Zu schnell kann man auch sein. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man nach dem Sprung dann falsch rumliegt. Ja, gut. War in Ordnung. Checkpoint. Da ist das Ziel. Na gut. Zehn Sekunden fehlen uns nach oben. Für eine Bestzeit. Ja. War ziemlich besser wie in der Vorrunde auf jeden Fall. Drei Sekunden haben wir rausgeholt und sind schon weiter vorne. Zwei Sekunden noch was. Aber trotzdem. Jetzt. Jetzt ist es schwierig aufzuholen. Kürzen da irgendwelche Leute ab oder was? So. So können wir das ziemlich gut machen. So nicht. Ja, das ist immer so ein Punkt. Wann gehe ich vom Gas runter, damit wir nicht so weit fliegen. War schon mal gut. Langsam. Leicht besser, aber... Ja, okay. 19 im Vergleich zu 30. Ist es eine gewisse Hausnummer? Ich muss wahrscheinlich nur einmal ganz kurz vom Gas gehen. Wenn ich länger runter gehe, dann haben wir die Zeit. Aber zur richtigen Zeit. Okay. Try and Error. Heißt ja auch. Das ist klassisch. Die drinnen sie. Die drinnen sie. Das ist eine Abkürzung. Genau. Da ist eine Abkürzung. Die haben wir ja auch gleich aufhangen. Ja. Kein Wunder, dass die 19er Zeit möglich ist. Wenn wir die Abkürzung nehmen, ist die möglich. Die fliegt so steil. Da kommen wir dann drauf. Die fliegt so steil. Da kommen wir dann auf. Ja, 10. Platz Immerhin in den Top 10 Da steht's Schade Ne, dann machen wir noch Eine Map, hätte ich gesagt Dann sehen wir uns Im nächsten Part wieder Eine machen wir noch Ich würde die Folgen ja auch nicht so kurz machen Ja Die sieht Speziell aus Oben und unten Finish Bin ja gespannt Wie lange gerade wird springt Oh Ich verstehe Okay, die bessere Zeit kriegt man Wenn man rechts oder links springt Ne Äh, joa Will man dazu noch was sagen? Eigentlich nicht Das war eine Topzeit Das war eigentlich nur passiert Wenn man zu schräg aufs Eck drauf kann Okay Nicht ganz so schräg fahren Äh, nur ein bisschen zu viel Chaos Die Frage ist rechts oder links kurzer Die Frage ist rechts oder links kurzer Gleiche Zeit wie gerade eben Ne, okay Das war eine speziellere Map Knapp vorbei ist auch daneben Klassische Sprut Kurze Info für alle Zuschauer Wenn einer Lust Zeit Wenn einer Lust und Zeit hat Wir können gerne mal eine Runde Trackmania oder irgendwas anderes zocken Weil meine Ziele für 2016 sind natürlich hochgesteckt Multiplayer auf den Kanal vorantreiben Ist schwierig Multiplayer Titel haben momentan einen Oder zwei Zwei, zwei, zwei 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 Na ja, einen momentan aktuell Nehmen wir den hier Trackmania Turbo Das ist doch scheiße, dass da nichts geht Das ist doch scheiße, dass da nichts geht Das ist doch scheiße, dass da nichts geht Das ist doch schon Das wäre so knapp daneben, ne? Alscheinend ist links aber trotzdem näher Ich glaube, wir probieren mal links. Okay, da ist es nicht so leicht reinzukommen, aber es ist wahrscheinlich kürzer. Die Wand hat sich gefreut, dass wir sie geküsst haben. Oh, entschuldigt. Was ich momentan bitte so schlecht fahre? Neuer Start. So, jetzt schauen wir mal, dass wir noch was reißen können. Gut, 13. Jetzt keine Bestzeit, aber... Ich würde dann auch schon wieder sagen, wir beenden an der Stelle den Part. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.